so hallo wir haben jetzt eingecheckt im lk metropole hotel und ja ich habe mich noch entschuldigt weil wir so spät angekommen sind normal ist check in 14 uhr und wir sind jetzt 19 uhr 37 angekommen hier ist der fahrstuhl und ja jetzt nehme ich euch mal mit jetzt nehme ich euch mal mit ein kleines upgrade bekommen ja nennt sich deluxe suite habe ich mal sagen lassen also hier haben wir eine kleine küche gut kochen werden wir jetzt nicht so viel mikrowellen wasser kocher toaster kühlschrank mit eisfach dann haben wir hier eine toilette das ist alles so ein bisschen weiss nicht italienische mafiastyl oder irgendwas keine ahnung ich glaube wir passen jetzt farblich nicht aber naja zum kacke so dann haben wir hier ja unser koffer sind auch schon da da haben wir hier kleine sitzgruppe ja hier außen balkone 1 1 2 1 3 aber das können wir nicht mit benutzen haben sie irgendwie vermied keine ahnung und dann haben wir hier ein bisschen fernsehen ja free wifi gibt es natürlich auch da ja und dann also für mich ein highlight und ich brauche es nicht aber das ist ja auch mal ja gucken wir mal ob die blumen echt sind nein die sind aus plastik ja blumen sind aus plastik ok immer nach wo werden sie wahrscheinlich recht so aber der tisch ist einmal massiv massiv ja hier kann man essen ja so geben wir mal den schlafbereich ja der ist gigantisch guck euch mal die größe an ja ja so wir sind ja auch so große menschen ja also hier haben wir balkon hier haben wir balkon das wenn man bei tag noch filmen ja hier kann man sich natürlich wie king and queen ein bisschen ausruhen so dann haben wir hier einen kleinen kleiderschrank so viel gepäck haben wir gar nicht dabei dass man den voll machen können ja so und dann haben wir hier noch ein bisschen was für die ladies hausbuck und so weiter hello was haben wir hier nichts aber hier könnte man was rein tun so gutes bad naja ich sitze also meiner lady wird es gefallen mir nicht so ich stehe mir auf so das moderner als auf dieses barock technische kann ja mal gerne jemanden kommentar lassen was das ist ob das für mich ist das barock oder so ja aber sauber sehr sauber ja ist in Ordnung kann man mal machen kann man mal machen ja und ich hab wie gesagt ich hab mich entschuldigt bei der Ankunft und ja dann haben sie gesagt ja so ja sie kriegen ein upgrade ja ein kleines upgrade ja statt der normale suite deluxe suite ich weiß nicht was der unterschied ist ich bin das erste mal hier im hotel aber der erste eindruck ja also die couch das esel riesig da versink ich ja drin ja also ja kann man mal machen also hier kann man drei tage bleiben ja das ist okay da fühle ich mich doch fast wie zu hause ja 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 für wir home ja 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 ja